Hallo und herzlich willkommen in Galena. Halten Sie einen Moment inne und genießen Sie den Blick auf die traumhaften umliegenden Landschaften. Hier vom Aussichtspunkt am Highway 20 aus, bevor Sie in diese wunderschöne Stadt im Nordwesten von Illinois mit charmanten Bed & Breakfasts und der historischen Main Street mit Ihren Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert fahren. Galena ist Teil von Illinois' Great Rivers Country, dem Land der großen Flüsse und ein absolutes Outdoor-Paradies. Hallo, mein Name ist Heiko und ich nehme Sie heute mit auf meine Entdeckungsreise in und um Galena. Mein erster Stopp heute ist der Mississippi Palisades State Park, eines der Wahrzeichen der Region. Der Park bietet neben Camping- und Picknickmöglichkeiten zahlreiche schöne Wander- und Radwege, von denen aus ich traumhafte Ausblicke auf den majestätischen Mississippi und die umliegenden Landschaften genieße. Die Gegend rund um Galena ist geprägt von einer wunderschönen und sanften Hügellandschaft, die Sie besonders gut während eines Aufenthalts hier im Eagle Ridge Resort und Spa erkunden können. Hier im Resort können Sie auf einem der vier Championship-Golfplätze eine Partie Golf spielen, zu Wanderungen, Radtouren oder Kajaktrips durch die umliegende Natur aufbrechen oder einfach bei einem Besuch im Stone-Rift-Spa ausspannen und die Seele baumeln lassen. Die Gegend rund um Galena ist außerdem Heimat für viele ausgezeichnete Spitzenbeine, so wie die des Rockywater-Weingutes in Hannover. Mit seinen 14 Spitzenbeinen bietet das Weingut einen idealen Ort, um bei einem Glas Wein, Livemusik und grandiosen Ausblicken auf die umliegenden Weinberge und den See ihre Entdeckungsreise in und um Galena gemütlich und stimmungsvoll ausklingen zu lassen. Die Schönheit von Galena und den umliegenden Traumlandschaften wird auch Ihnen unvergessliche Erinnerungen bescheren. Kommen Sie uns doch mal besuchen, hier im Land der großen Flüsse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017